Die Vergangenheit ist nicht tot. James? Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Sein Name ist Zafin. Was will er? Rache. Mich. Und wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird es dann tot sein? Sie können sich also denken, warum ich wieder mitspiele. Du musst dich in Santiago mit einer jungen Dame treffen. Sie sind zu spät. Wollen wir? Salo. Sie haben eine neue Doppel-Nur-Agentin. Eine entwaffnende junge Frau. Klar, dass Sie auf ihn geschossen haben. Tja, jeder versucht es wenigstens einmal. James Bond. Wir beide löschen Menschenleben aus, um die Welt besser zu machen. Ich mache es nur ein wenig gründlicher. Kommen Sie, Bond. Wo zum Teufel stecken Sie? Hast du das Ding schon mal geflogen? Nope. Wird immer schwerer, Gut und Böse, Schurken und Helden zu unterscheiden. Was ist? Du weißt nicht, worum es geht. Er wird Millionen Menschen umbringen. Wenn wir das nicht tun, wird es nichts mehr zu retten geben. Wird es nichts mehr zu retten geben. Wird es nicht mehr zu retten geben. Wird es nicht mehr zu retten geben. Vielen Dank.